Vom Minister einen 45-minütigen Einführungsvortrag gehört, der ehrlich gesagt an Hybris nicht zu überbieten war. Er hat hier darauf abgehoben, dass alles richtig gelaufen sei, dass kein einziger Fehler passiert ist. Er hat betont, dass er all das nochmal so machen würde. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie kann jemand, der die politische Verantwortung für dieses Desaster trägt, aus heutiger Sicht hier so Stellung nehmen? Wir haben hier im Ausschuss über Monate herausgearbeitet, ein Ministerium, Entscheidungsstrukturen beleuchtet, die deutlich machen, wo selbst der Koalitionspartner von organisierter Verantwortungslosigkeit spricht. Wir haben eben zum Beispiel herausgearbeitet, dass Herr Scheuer sehr wohl in die Vergabeentscheidung Paspagon eingegriffen hat, am Ende die Entscheidung getroffen hat, gleichzeitig auch über Tollkollekt als Ersatzfinanzierung für Bundeshaushaltsmittel und damit das Einsetzen von Steuergeld gesprochen hat. Er selber hat hier eingegriffen. Das widerspricht diametral seiner eigenen Darstellung. Insofern trägt der Minister für das ganze Desaster die Verantwortung und dass er versucht, hier alles von sich zu schieben und jede Verantwortung von sich weist, das halte ich für unglaublich und eine Fortsetzung dieses ganzen Mausskandals. Wir haben heute einen Minister gesehen, der zu seinem Leuchtturmprojekt sehr wenig Informationen bekommen haben will. Das hat mich sehr erstaunt. Er erzählte uns, er hat nachgefragt, ob alles läuft. Und der Staatssekretär Stolz hat ihm immer wieder bestätigt, ja, es läuft. Auch eine Sache, die erstaunt, der immer wieder Verweis auf den Staatssekretär, die Abgabe der Verantwortung auf die nächst niedrigere Stelle. Und was erstaunlich ist, dass der wichtige Punkt, nämlich, dass nur ein finales Angebot und das auch noch viel zu teuer abgegeben wurde, ihn eigentlich wenig interessiert hat, er deutlich später erst nach eigenen Angaben davon erfahren. Bis jetzt bestätigt sich eigentlich das, was wir in der Vergangenheit immer wieder von den Zeugen und Zeuginnen gehört haben, quasi eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Jeder schiebt es auf den anderen und keiner will es gewesen sein. Die Vernehmung hat nochmal klar gezeigt, dass Herr Scheuer im Dezember 2018 einen Vertrag hat unterschreiben lassen, dessen eigene Schadensregeln er nicht kannte. Er wurde dazu erst im Nachgang nach seinem TV-Auftritt bei Herrn Lanz informiert. Er hat eine völlige, eine Reihe an Lücken zu den gesamten Vergabeverfahren. Es gibt hier monatelang keine einzige Ministervorlage und besonders aufschlussreich war die Tatsache, dass es zwei Tage vor dem Gespräch mit den Betreibern einen Vermerk aus seinem Ministerium gibt, dass das Ministerium selber überlegt hat, die Einführung der Pkw-Maut um ein Jahr zu verschieben. Minister Scheuer hat ja mehrfach darauf erwiesen, dass dieser ganze Gedanke absurd sei. Sein eigenes Ministerium wollte den Staat der Pkw-Maut ein Jahr verschieben. Angeblich hat er dies nicht gewusst. Er hat also einen Vertrag unterschrieben, dessen Schadensersatzregeln er nicht kannte. Und er hat ihn nachher gekündigt, dazu werden wir auch noch mehr im Detail kommen, ohne den genauen Höhe des möglichen Schadensersatzes zu kennen. Er hat hier in völliger Hektik gehandelt, ein schwerer Fehler, einen Vertrag zu unterzeichnen, ohne die Schadensregel zu kennen und dann zu kündigen in nur einem Tag, ohne die ausreichende Zeit zur Prüfung zu kündigen, ohne aber hier ganz genau zu wissen, wie hoch der mögliche Schaden ist. Das wurde ihm nämlich erst später vorgelegt. Alles in allem lässt sich sagen, er selber hat zu verantworten, dass der Mautvertrag ohne Not vor dem EuGH-Urteil unterzeichnet wurde. Sein eigenes Haus wollte die Maut auch verschieben. Die Verantwortung dafür trägt Minister Scheuer. Auch ich darf zum jetzigen Zeitpunkt ein gewisses Fazit ziehen und kann nur noch mal unterstreichen, dass sich auch in der heutigen Anhörung bisher die Vorwürfe an keiner Stelle bestätigt haben. Und wir sehen tatsächlich den Minister als eindeutig entlastet an. Wir haben also bereits abgeschlossene Gesetze. Das ist der Punkt, den ich hier besonders noch mal erwähnen wollte. Mit dieser Gesetzeslage hat Andreas Scheuer das Haus übernommen und die Gesetze stringent umgesetzt. Was haben wir heute noch erfahren? Was gab es Neues? Ich sage jetzt mal ganz offen, es gab nicht viel Neues, aber noch mal sehr deutlich. Zum einen die Risikobewertung. Auch da ist noch mal ganz klar hervorgetreten, Andreas Scheuer hatte ein Gespräch mit der Kommissarin Violetta Bulsch. Es gab auch in diesem Gespräch keinerlei Hinweise darauf, dass das, was im Kompromiss vereinbart war, nicht umgesetzt wurde. Also man sich auf die Rechtsauffassung der Kommission verlassen durfte, dass das neue Gesetz EU-rechtskonform ist. Ich kann also für uns heute zusammenfassen, ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren unter Alexander Dobrindt, ordnungsgemäße Umsetzung unter Andreas Scheuer. Die Vorwürfe haben sich nicht bestätigt. Das Urteil des EuGH bedauern wir weiterhin. Aber wie hat es Andreas Scheuer genannt? Und das gilt wohl für alle hier verkehrspolitisch Tätigen. Das Thema Nutzerfinanzierung bleibt weiter auf der Tagesordnung. Dankeschön.